Größer wurde 1882 hier in Adorf gegründet. Die Gruppe hat heute 1250 Mitarbeitende, wir haben verschiedene Produktionsstandorte in Westeuropa und hauptsächlich hier in Adorf produzieren wir Lamellenprodukte, Rollprodukte und eine Markise, die wir nur in der Schweiz verkaufen und hier in der Produktion sind wir etwa 250 Mitarbeitende. Wir haben unseren ersten Kontakt 1997 mit Bossart gemacht, wir hatten damals grössere Probleme mit unseren Zeheteilen, mit der Bewirtschaftung, wir hatten einen enormen Aufwand und immer wieder Fehlteile. Und das hat uns bewogen, das neue Logistiksystem damals von Bossart in Angriff zu nehmen. Wir haben dann etwa 30 Lieferanten hatten wir für all diese Teile, haben in einer relativ grossen Übung dann alles zusammengefasst, der Firma Bossart übergeben und sie haben uns dann einen Vorschlag gemacht für ein Zwei-Behälter-Kampan-System. Das haben wir dann in zwei bis drei Monaten Feinarbeit, haben wir das dann umgesetzt und haben bis etwa vor zwei, drei Jahren mit diesem System gearbeitet. Eine weitere Entwicklung haben wir dann gemacht, dass wir an verschiedenen weiteren internen Standorten noch dieses Zwei-Behälter ausgebreitet haben und heute eigentlich Bossart uns wöchentlich mit unseren Teilen in jeder Insel versorgt. Was mich speziell gefreut hat, dass wir unseren Aufwand massiv reduzieren konnten. Wir haben heute noch eine Monatsrechnung, die wir begleichen müssen. Wir haben keine Fehlteile mehr und was das Allerschönste ist, wir haben praktisch mit null Aufwand, können wir uns heute diese Zeheteile liefern lassen durch Bossart. Als eine technische Weiterentwicklung hat uns Herr Kaiser vor circa eineinhalb Jahren einen neuen Vorschlag unterbreitet für eine neue Miete. Er hat uns da neue Muster gebracht und hat uns aufgezeigt, dass wir eventuell Verbesserungen umsetzen können. Wir haben dann diese Tests bei uns durchgeführt und mussten feststellen, dass er recht hatte, dass wir eine markante Reduktion der Durchlaufzeit umsetzen konnten. Dieses Projekt läuft nun seit einem halben Jahr und wir sind froh, dass wir das so umgestellt haben. Wir von Grieser freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit Bossart und werden noch in dieser Woche umstellen auf das neue Smart-Bin-System, wo dann die Bestellungen automatisch ausgelöst werden und wir diesen Aufwand von den Kisten wieder bereitzustellen und ersparen können. Wir danken vielmals für diese guten Ideen, die uns Bossart in all diesen Jahren bringen konnte und freuen uns weiterhin auf eine wunderbare Zusammenarbeit.